Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es weiter mit dem Pazifisten-Bab. Ich habe jetzt gerade schon 20 Minuten ein bisschen gespielt und ein bisschen reingeschaut. Wir starten jetzt rein. Ich habe gerade grausigen Gaben fertig. Ich selber habe da sehr Bock drauf, weil ich es ein sehr cooles Projekt finde und eine sehr coole Challenge für mich selber. Und eure Resonanz war da auch mega positiv. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe auch einige gerade im Chat und auch schon auf YouTube gesehen, die das Ganze nachgemacht haben. Das fand ich sehr cool, dass ich ein Projekt gestartet habe, wo ihr sagt, da habe ich auch Bock drauf, das mal nachzumachen. Fand ich sehr cool und sehr schmeichelhaft. Plan für heute ist auf jeden Fall Weltstufe 3. Das wäre echt cool, wenn ich das heute schaffen würde. Bei Items werde ich heute nur darauf achten, dass ich irgendwie Dornen bekomme. Ich glaube, der Rest ist eher vernachlässigbar. Und der Plan ist natürlich, viel Bluternte und grausige Gaben zu machen. Ich habe gerade hier schon die Monstrosität versucht. Das hat leider nicht geklappt. Deswegen werde ich mal versuchen, viele Legionen zu machen. Ich glaube, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Legionen gibt immer so ungefähr ein Level bis 2. Mir fehlen jetzt noch 17. Auf Level 40 kriege ich die nächsten Juwelen. Das gibt auch nochmal einen guten Angriffsboost. Ansonsten viel an Aspekten brauche ich nichts. Ich werde auf Stärke gehen bei den Waffen. Und der Rest ist tatsächlich relativ vain. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann checkt auf jeden Fall mal Twitch ab. Ich habe unten den Link mit drin. Ich nehme auch gerade die Folge live auf. Das heißt, wenn ihr mal live dabei sein wollt, mit mir darüber sprechen wollt, dann einfach mal einen Twitch-Livestream mit reinschauen. Und ja, jetzt geht es einfach darum, stumpf zu leveln. Das wird wahrscheinlich eine lange Zeit auch relativ stumpf. Grinding und Farming. Legionen abfarmen. Grausige Gaben und Bluternte. Das wird bis Level 50 relativ... Ja, also ich würde schon gerne Level 50 sein fürs Paragon-Bord, weil ich da gerne reingucken wollen würde. Dann will ich den Capstone-Dungeon schaffen. Das ist mein Ziel erstmal. Mein kleiner Meilenstein. Um dann in Weltstufe 3 zu kommen. Dann könnte ich Klingenplatten mir besorgen. Und dann mache ich übel viel Schaden. Ich hoffe so sehr, dass nächste Woche endlich Informationen zu Season 3 kommen. Heute habe ich ja ein Video hochgeladen. Es könnte gut möglich sein, dass wir in Season 3 Runen bekommen. Das würde ich extrem feiern, muss ich sagen. Also Runenfarmen und Runenwörter. Wenn es sehr seltene Runen gäbe, dann bei Duriel zum Beispiel. Dass man nicht nur stumpf nach Uber Unix sucht, sondern vielleicht auch nach seltenen Rune. Oder dass eine Rune zu einem Uber Unix wird. Das würde ich schon sehr feiern. Ich glaube nicht, dass es dann insgesamt ins Spiel reinkommt. Aber für die Season Uber Unix, das würde ich echt fühlen. Ich könnte natürlich auch überlegen, einfach immer wieder Dungeons zu machen, die krass sind. Sowas wie Blindhöhlen oder Serrats Unterschlupf. Ne, für die Gegner. Das sind halt alles nur kleine Kackviecher. Aber doch, guck mal, das Level unten. Ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie viel davon es von Blindhöhlen war. Aber das sind ja ganz andere Gegnermassen als gerade in Blindhöhlen. Sieht da jeder. Mal eine Frage an den Chat. Hättet ihr Bock auf Paper Mario, das Remaster von der Gamecube im Stream und auf YouTube? Ich wollte auch eine YouTube-Umfrage zu machen. Also ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich, oder zu 100%ig werde ich kein Let's Play aufnehmen, wo ich Domtendo-like 50 Folgen von aufnehme. Aber in Let's Play so mal eine Stunde oder zwei, drei reingucken. Po eh schon aufgegeben. Nein, ich habe gerade auf YouTube den zweiten Teil, Akt 2, aufgenommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch noch Akt 3 hinterherkommt. Also, ne, 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 ne. Also, Parts of Exile, da ist gar nichts aufgegeben. Da werde ich auf jeden Fall nochmal, vielleicht gucken wir da auch morgen früh schon rein. Mal gucken. Weiß auch nicht. Guck ich auf jeden Fall noch rein. Ja, also, ich habe es jetzt selber gesehen. Tunnel von Domhain gibt ja am meisten Erfahrung. Muss man echt sagen. Tunnel von Domhain gibt am meisten. Doch, doch. Boah, wie schnell levelt man hier? Die Dinger geben doch hier auch mehr Erfahrung als alle anderen. Das kann ja gar nicht sein, dass diese kleinen Piss-Gegner so viel Erfahrung geben. Ich meine, es sind eine Menge, okay. Aber die geben doch auch safe mehr Erfahrung als die anderen. Mit 45 kannst du schon einen Dungeon machen. Ja, kann ich. Aber ich will erst Paragon Board haben. Vor allem mache ich viel zu wenig Schaden. Ich würde den Boss niemals schaffen. Aber ich könnte reingehen zum Leveln, oder? Das macht Sinn, oder? Geht auch schon mit 42. Macht es Sinn, reinzugehen zu leveln? Weil die sind ja höheres Level. Ja, oder? Bin mit meinem Druiden mit 42 rein, mit 45 raus. Ja, du darfst aber nicht vergessen, ich bin hier im Pazifisten-Run. Das ist natürlich ein ganz anderer Schnack als das, was ihr spielt. Ich darf nicht angreifen. Ich habe hier nichts auf irgendwie Waffe oder so. Ich bin nur auf Dornen. Ich habe keine große Verteidigung. Also, ich habe hier auch nichts irgendwie gebaut. Kein krassen Bild. Das ist ja alles... 147 Dornen. Maxroll, den nehme ich. Das ist ja alles... Ähm... Anders, als ihr das kennt. Dürft ihr nicht vergessen, ne? Pazifist für vier Waffen, ja. Die er nie einsetzt. Ich brauche leider die Stärke. Was cool wäre, wenn ich vier... Ähm... Viermal ein Schild benutzen könnte. Das wäre witzig. Einfach viermal Schild. Ich versuche mal den Dungeon jetzt hier einfach zu machen auf... Äh... Entspannt. Vielleicht schaffe ich es ja. Man weiß es nicht. Also, viel Schaden kommt nicht rein. Obwohl ich auch irgendwie wenig Heilung bekomme, habe ich das Gefühl. Jetzt muss ich ja einfach alle Gegner killen, ne? Das geht ja schnell. Oh, es tut mir gerade so weh, dass ich Pazifist bin. Ich kann nicht angreifen. Guckt es euch an. Ich bin gegen Gewalt. Lasst uns doch reden, ihr Skelette. Lasst uns doch reden. Lasst uns doch vernünftig talken miteinander. Am Anfang immer der Lole fast nicht zu schaffen. Du stehst nur rum, ja. Das wollte ich halt auch mal machen. Ich habe alle Lügen gestraft. Ich habe nichts gekauft. Ich habe nicht geboostet. Ich habe kein Bild aus dem Internet. Ich habe einfach nur Dornen genommen. Ohne, dass ich selber angreife sogar. Mit einer Waffe von Level 3. Können wir das mal kurz auch festhalten? Meine Waffe ist von Level 3. Von Level 3. Und ich gehe jetzt in Weltstufe 3. Das wäre so witzig, wenn ich die später noch im Schlachthaus anhätte. Oh ja, das wäre witzig. Einfach für den Flex würde ich das am liebsten sogar machen. Ich mache mir nur meinen Elixier rein mit 100 Dornen. Und dann geht es hier ab. Abfahrt. Kurator. Kammer des Kurators. Komm ran. Leute, das wird lang dauern. Äh, viel hat er nicht mehr. Ein paar Angriffe. Oh ja. Der Pazifist hat Weltstufe 3 freigeschaltet, Leute. Wie findet ihr das? Ohne anzugreifen. Auf Level 45 ohne angreifen, Leute. Das ist einfach witzig. Und ich habe alles auf Band, ne? Also, ich habe auch nicht gefudelt oder so. Ich habe nicht ein einziges Mal angegriffen. Mit einer Waffe. Mit Stufe 3, Leute. Stufe 3. Ja, Leute. Das war das Video. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ihr vielleicht auch noch die Journey of Level 70 bzw. Weltstufe 4 sehen wollt. Und ob wir es wirklich durchziehen sollen bis Höllenflut. Äh, Höllenflut. Bis Schlachthaus von Zier. Wo ich dann, ohne jemals angegriffen zu haben, das Schlachthaus mache. Ich würde mich sehr beim Follow freuen. Über ein Like auf dem Video, wie immer. Und sage, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.